Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder. Heute setzen wir meine Tritokattel Vagans um. Und das Ganze nach dem Intro. Der eine oder andere hat das Tierchen wahrscheinlich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber die Tritokattel Vagans ist auf jeden Fall eine der ersten Vogelspinnen, die hier mit eingezogen sind. Problem an der ganzen Sache war, sie war leider nicht so zeigefreudig. Sie war noch super klein und sie war immer in der Dose. Und wer das kennt, Dosen aufmachen, Spinne weg. In der Regel immer so. Gibt aber auch welche, die machen natürlich. Aber bei den Slings ist es bei mir immer so gewesen, wenn ich die Luke aufgemacht habe. Also beim Terrarium ist es schon schwierig, aber bei Dosen noch schwieriger. Wenn du da aufmachst, ist sie weg. Umso glücklicher bin ich jetzt, dass ich sie in 20er Würfel umziehen lassen kann. Dafür habe ich auch schon alles vorbereitet. Das Terrarium steht da, ein Näpfchen ist da, Kork ist da. Jetzt muss nur noch Erde rein und dann richten wir das Ganze ein. Aber damit ihr erst mal wisst, wovon wir reden. Ich habe sie hier drin. Da sitzt sie, die Kleine. Und ich gucke mal, ob ich sie euch hier ein bisschen zeigen kann. Ist gar nicht so einfach. Aber wir werden sie eh gleich im Terrarium noch besser sehen. Die kam bei mir sehr, sehr klein an. Mittlerweile schon etwas größer. Aber, ja, also wirklich ein Riese ist sie nicht. Ein Riese ist sie nicht. Aber was erwarte ich auch, die wachsen halt langsam. Jetzt stelle ich sie erst mal beiseite. Wirklich in Sicherheit, dass wenn ich hier hantiere, dass ich sie nicht durch die Gegend kicke. Also einfach schön zur Seite, dass da nichts passieren kann. Und womit fangen wir an? Habe ich mit euch eben schon geteilt. Viel Erde. Sie gräbt gerne. Die Erde ist in der Beschreibung verlinkt. Also wenn ihr euch dafür interessiert, welche Erde ich benutze. Und ich werde auch nicht mehr wechseln. Ich finde die richtig, richtig gut. Und viele andere Leute, die die jetzt getestet haben, sind auch Feuer und Flamme für die Erde. Deswegen schaut da in die Beschreibung. Da ist sie verlinkt. Da könnt ihr sie bekommen. Super toll. Ich werde davon nicht mehr weggehen. Ich wechsle alles aus, was ich da habe, nur um diese Erde da drin zu haben. So, dann wollen wir mal das Ganze ein bisschen auffüllen. Ich mache das auch ein bisschen fester. Damit das auch ein bisschen Struktur hat. Ein bisschen fester ist das Ganze. Damit sie, wenn sie buddelt, da nicht gleich den Einsturz hat. Ist mir noch nie passiert, muss ich sagen. Also habe ich noch nie gehabt, dass da irgendwie was eingebrochen ist oder eingestürzt ist. Aber es gibt immer irgendwann das erste Mal. Deswegen bin ich da einfach vorsichtiger. Ich drücke das schön an. Wie gesagt, eingestürzt ist noch nie was. Also die Erde benutze ich jetzt auch schon eine ganze Weile. Und auch da ist noch nie was eingestürzt. So, eine machen wir noch. Wie gesagt, dadurch, dass ich weiß. Und das ist halt auch die Erfahrung, die man dann halt macht, wenn man das Tier viel beobachtet. Dass man dann weiß, das Tier buddelt. Gerne buddelt viel. Und dann kann man dem Tier auch mehr geben. Also, dann ist das alles nicht so dramatisch. Dann gibt man dem Tier einfach ein bisschen mehr Erde, wenn das gerne buddelt. Warum denn nicht? Nach oben hin kann man immer noch ein bisschen was machen, wenn man hinten weg arbeitet. Und dann ist das fein. Was fehlt noch? Kork. Also wir müssen einen Unterschlupf bauen. Mal schauen, wie wir das am besten anstellen. So, dass das halt auch... Ich will halt, dass sie hier so einen kleinen Podest hat, wo sie dann oben drauf rumackern kann. Wer hat wahrscheinlich wieder ein bisschen Erde rausnehmen müssen. Oder ich baue das hier hinten mit drauf. So. Und dann habe ich hier noch ein paar Korkstücken extra. Die ich immer ganz gerne auch zum fixieren benutze. Weil die liegen dann da noch mit auf. Dann ist das nochmal ein bisschen erhöht. Und dann kann sie da buddeln. Und kann da reingehen. Hier machen wir auch noch was drauf. Also ich weiß nicht. Ich mag halt irgendwie so diese Spalten, die sich dann so auftun. Das ist jeden selbst überlassen. Es gibt doch Leute, die machen einfach nur das Korkklättchen drauf und fertig ist. Dann kann sie sich da selber unterbuddeln. Ich mache eher gerne so Höhlen mit so Übergängen. Also wirklich, ich zeig's euch. So, was ich meine ist, ich baue das immer ganz gerne so. Wer meine Videos schon öfter gesehen hat und viel geguckt hat, der weiß das. Ich baue das immer so ein bisschen zu, dass dann Erde oben drauf ist. Dass die hier reinbuddeln können. Und dann so einen kleinen Übergang haben. Also sprich so einen Höhlen-Spalt. So was finde ich immer ganz cool. Kann jeder machen, wie er möchte. Aber dann kann sie sich hier oben nämlich auch hin drapieren. Die sitzt auch mal ganz gerne auf einer hohen Fläche. Und deswegen benutze ich das auch so. Und baue das auch so auf. So wie ich's bei ihr gesehen hab. Und wir werden sehen, ob sie sich das auch so annimmt und so bleibt. Also vielleicht sagt sie sich jetzt auch nö. Jetzt habe ich keinen Bock mehr zu buddeln. Kann natürlich auch passieren. Aber dann ist es so. Das Terram bleibt jetzt so. Bis zum nächsten Umzug. Und dann weiß ich wieder, okay, jetzt kann ich nochmal ein bisschen anpassen. Was fehlt? Ein Näpfchen. Das Näpfchen ist ein bisschen groß für die Spinne. Aber bei den sommerlichen Temperaturen, die wir alle zu erwarten haben. Und die auch schon mal kurz da waren. Jetzt ja nicht mehr hier in NRW. Bin ich ein bisschen vorsichtiger. Und dann kriegt sie lieber ein großes Näpfchen, wo auch ein bisschen mehr Wasser drin ist. Weil wenn du einfach ein kleineres Näpfchen hast, das trocknet sehr, sehr schnell aus. Und wenn sie dann halt auch noch ganz toll ist und so, weiß ich nicht, irgendwas hier reinbuddelt. Irgendeine Faser oder so. Dann ist halt vorbei. Dann fließt das da innerhalb kürzester Zeit raus. Und da ist kein Wasser mehr drin. Nun wird sie eher weniger entzückt sein von dem, was jetzt hier ist. Weil sie eigentlich eher es trocken mag. Und das hier ist noch relativ feucht, das Ganze. Also feuchter, sage ich mal. Also wenn ich es so mache und es an den Händen klebe, dann ist es immer noch feucht. Und das finde ich dann halt bei ihr jetzt nicht so toll. Aber können wir nicht ändern. Weil ich hatte, normalerweise mache ich das so, dass ich dann halt mische mit dem alten Substrat, was ich da habe. Aber das Problem ist, da ist noch Kokoshumus drin gewesen. Und Kokoshumus kommt hier nicht mehr rein ins Haus. Das kommt direkt weg. Ja, und Pflanzen kommen hier auch keine rein, weil Pflanzen mag sie gar nicht. Ich könnte jetzt natürlich unechte Pflanzen reinmachen. Werde ich vielleicht nachrüsten. Wir werden jetzt mal schauen, was die Spinne macht. Ihr kennt das ja. Erst gucken, was die Spinne macht. Und dann nachrüsten. Echte Pflanzen machen hier keinen Sinn, weil es einfach zu trocken ist. Ich weiß, es gibt Pflanzen, die man da benutzen kann. Die Telansien zum Beispiel. Aber ich will da nichts reinsetzen am Pflanzen. Ich werde jetzt mal gucken, was da passiert. Was sie macht. Wie sie buddelt. Wie sie eben nicht buddelt. Und das reicht jetzt erstmal so aus. Jetzt sind wir auch schon soweit. Wir können das Tierchen einziehen lassen. Das, was ihr jetzt gesehen habt mit der Einrichtung, das ist jetzt die Basis. Also ihr könnt da auch noch mehr rein machen. Unechte Pflanzen. Echte Pflanzen, wie ihr wollt. Ihr müsst halt nur bedenken, mit echten Pflanzen ist es immer schwierig. Die können halt eingehen. Oder die Spinne mag sie vielleicht nicht und macht sie kaputt, buddelt sie aus. Also ihr könnt da noch einrichten. Da geht noch einiges. Das ist jetzt nur die Basis. Und jetzt lassen wir das Tierchen einziehen. Und gucken mal, wie sie sich gibt. Was sie sagt. Oder nicht sagt. Na komm. Na. Kommt nicht freiwillig raus. Hm. Ein Moment. Ich hätte sie jetzt auch nehmen können, einfach die Dose reinlegen können. Das sage ich auch jedem. Und lege ich auch jedem ans Herz, der damit anfängt. Legt einfach die Dose rein. Also einfach. Zack. Und dann macht es zu und lasst es so liegen. Dann könnt ihr das da wieder rausholen, wenn sie rausgekommen ist. Ich will euch das Tier aber noch zeigen. Macht ja keinen Sinn, wenn ich euch hier von dem Tier erzähle und ich zeige es euch nicht. Deswegen sollt ihr es noch sehen. Und dafür muss sie rauskommen. Am besten in die Richtung. Ich komme nur in die Richtung nicht ran. So. Okay. Ihr seht auch. Extrem tiefenentspannt das Tier. Also gar kein Stress. Jetzt muss ich mich beeilen mit der Kamera. Nicht, dass die hier gleich irgendwo hin verschwindet und dann ist sie weg. Denn hier kann man sie am besten sehen. Also wenn sie hier so auf der Erde drauf hockt, ist sie gut zu beobachten, gut zu beschauen. Also da sitzt der Klops. Frisch gehäutet. Und jetzt auf dem Weg. Oh, das heißt frisch gehäutet. Ist schon eine Woche her. Aber relativ frisch gehäutet. Und jetzt wird sie sich ihr Terrarium angucken, ne? Wird schauen, was macht sie, was wird sie machen, was kann sie machen, welche Möglichkeiten sind da. Aber es besteht auch die Möglichkeit, dass sie sich jetzt einfach sagt, sie buddelt sich jetzt da hinten in der Ecke ein, ne? Also jetzt sagt, dass sie sich sagt, okay, die Ecke nehme ich, da gehe ich jetzt direkt in den Boden rein. Und dann ist das hier alles hinfällig, ne? Dann hat das hier alles keinen Sinn mehr. Dann geht die einfach da in den Boden rein. Durchaus möglich, ne? Ich sag es nur, die Tiere machen nicht immer so, wie ich will, ne? Und die werden auch nicht so machen, wie ihr wollt. Ihr könnt das so schön einrichten, wie ihr wollt. Die Tiere machen trotzdem, was sie wollen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, jeder, der diese Erfahrung schon gemacht hat. Das alles toll eingerichtet hat und sich gesagt hat, ach, das sieht so schön aus. Und nach einem Monat war es in Krause und Rüben, weil die Spinne sich gesagt hat, nö, ich mach das alles mal ganz anders. Das habe ich auch einige Kandidaten da, die machen das ganz gerne. So, und sie macht auf jeden Fall standardmäßig den Move nach oben. Ist jetzt auch nicht dramatisch, die wollen halt flüchten, wollen sich verstecken. Und ihr wisst, was mein Leitsatz ist, wir haben sie jetzt gesehen. Nach dem Umzug lassen wir das Tierchen in Ruhe. Bedeutet, wir nehmen die Tür, machen das Ganze zu und dann hat das Tier seine Ruhe. So, klack, Luke zu, Spindchen zufrieden, hoffentlich. So, und die Kleine zieht jetzt nach hier drüben. So, da hat sie jetzt ihren Platz und da ist es schön. Ich sehe gerade, es ist auch keines der schönsten Terrarien, es ist sehr, sehr schief geschnitten. Ja, ne, also auch das gibt es, aber wenn ich halt so Sondergrößen irgendwo sehe, dann nehme ich die immer ganz gerne mit. So 20er finde ich auch immer ganz interessant, kann man immer noch was mitmachen. Eigentlich eher so 25er, aber zu der Zeit, als ich das geholt habe, das ist Jahre her, da fand ich 20er ganz gut. Aber das soll es auch schon wieder mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, lass mir doch ein Like da, ein Kommentar wäre auch ganz nett. Und wenn du ganz neu hier bist, kannst du gerne ein Abo da lassen, würde mir extrem weiterhelfen. Und nun wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!